So, schauen wir uns mal das Piano-Axom 5 noch mal näher an. Das hat im Mathe-MOOC zu heftigen Diskussionen geführt und auch zu Irritationen. Warum brauchen wir das eigentlich? Mit P1 bis P4 haben wir die Struktur der natürlichen Zahlen schon relativ gut charakterisiert. Die Struktur der natürlichen Zahlen, die habe ich hier oben mal aufgemalt, das ist die Struktur der natürlichen Zahlen, so wie wir sie haben wollen. Hier, 0 ist die kleinste natürliche Zahl, also mit 0 beginnt die Struktur, die Kette der natürlichen Zahlen. Dann hat die 0 Nachfolger die Zahlen, dann auch wieder Nachfolger und wieder Nachfolger und wieder Nachfolger und so weiter und so weiter bis ins Unendliche. Zirkel haben wir vermieden, irgendwelche Kreise innerhalb der Strukturen, das alles haben wir vermieden, das ist einfach nur eine Kette. Ja, trotzdem ist es aber so, dass mit dem Piano-Axom oder ohne das Piano-Axom Nummer 5 auch diese Struktur hier die Piano-Axom Nummer 1 bis 4 erfüllt. Das heißt, auch das ist eine Struktur, die, wenn wir jetzt nur die Piano-Axom Nummer 1 bis 4 behalten würden, durch die Piano-Axom Nummer 1 bis 4 festgelegt würde. Also diese Struktur würde auch die Axome P1 bis P4 erfüllen. Das wollen wir aber nicht, weil diese Struktur nicht die Struktur der natürlichen Zahlen ist. Unser Ziel ist, ich lege mit dem Piano-Axom die Struktur der natürlichen Zahlen möglichst präzise fest. Mit P1 bis P4 haben wir aber auch diese Struktur hier festgelegt. Das ist falsch. Das heißt, wir brauchen ein Axom P5, das verhindert, dass es solche Parallelstrukturen hier geben kann. Warum schafft das das Axom P5 so, wie ich es hier oben hingeschrieben habe? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Axom P5 ist letztlich eine Implikation, eine Wenn-Dann-Aussage. Wenn diese Aussage hier gilt, dann muss auch diese Aussage gelten. P5 trifft eine Aussage über Mengen, über beliebige Mengen m. Und zwar Mengen, für die folgendes gelten muss. Wenn die Aussage hier vorne für die Menge m gilt, dann muss auch die Aussage hier hinten für die Menge m gelten. Was ist denn nun die Voraussetzung? Also die Voraussetzung ist, 0 ist in der Menge m drin. Ich habe irgendwelche Mengen und die schaue ich mir jetzt an. Und wenn 0 in dieser Menge m drin ist und wenn gilt, für alle natürlichen Zahlen, die in m drin sind, ist auch deren Nachfolger in m drin, dann muss auch die komplette Menge der natürlichen Zahlen eine Teilmenge von m sein. Das heißt, da müssen die kompletten natürlichen Zahlen in m drin stecken. Also, wenn 0 in m drin ist und wenn für jede natürliche Zahl, die in m schon drin ist, auch ihr Nachfolger drin ist, dann sind die kompletten natürlichen Zahlen in m drin. So. Jetzt muss das für alle Mengen m gelten. Jetzt schauen wir uns mal folgende Menge an. Oder, vielleicht anders gesagt, jetzt probieren wir, machen wir mal folgende Gedanken. Angenommen, diese Struktur hier sei eine gültige Struktur nach P1 bis P4 für die natürlichen Zahlen. Mit P5 können wir jetzt zeigen, oder wir können jetzt zeigen, dass diese Struktur hier P5 nicht erfüllt. Diese Struktur erfüllt P5 nicht. Angenommen, all die Knubbel, die ich jetzt aufgezeichnet habe, würden zu n gehören. Würden also natürliche Zahlen sein. Ja? So. Dann gucken wir uns jetzt mal verschiedene Mengen an. Nehmen wir mal die Menge m. Nehmen wir mal die komplette Menge hier. Ja? Nehmen wir mal die hier. Und, ja, tun wir vielleicht noch mal ein paar Dinge rein. Nehmen wir hier unten noch mal ein Herzchen rein. Und ein Smiley. Das ist auch alles in der Menge m drin, ne? Und vielleicht noch, ja, keine Ahnung, irgendein Dreieck hier oder so. Diese Dinge sind alle in m drin. So, schauen wir uns jetzt mal an. Erfüllt m hier die Voraussetzung? Null ist in m drin. Okay, stimmt. Und für jede natürliche Zahl, also für jeder Knubbel, der hier drin ist, ist auch der Nachfolger drin. Gucken wir mal. Von dem Knubbel ist der Nachfolger drin. Okay, von dem Knubbel ist der Nachfolger drin. Okay, von dem Knubbel ist der Nachfolger drin. Okay, von dem auch. Und so weiter. Die da unten brauche ich nicht betrachten. Das sind keine natürlichen Zahlen, ne? Also für alle natürlichen Zahlen, in Anführungszeichen, die hier oben jetzt dargestellt sind, ist auch der Nachfolger drin. Okay, dann muss folgendes gelten. Die kompletten natürlichen Zahlen sind enthalten in m. Ja, stimmt. Alle natürlichen Zahlen sind in m drin. Also diese Menge m, die ich jetzt hier aufgemalt habe, die erfüllt die Implikation da oben. Okay. Die Implikation da oben muss aber nicht nur für eine Menge m gelten. Ich muss nicht nur eine Menge m finden, sondern es muss für alle Mengen m gelten, die die Voraussetzung erfüllen. Alle Mengen, die die Voraussetzung hier vorne erfüllen, in denen müssen die natürlichen Zahlen auch komplett enthalten sein. So, jetzt schauen wir mal. Gucken wir mal eine andere Menge an. Machen wir das hier mal wieder weg. So, gucken wir mal folgende Menge an. Nehmen wir mal diese Menge hier. Für diese Menge gilt, 0 ist in m drin. Okay. Und für alle natürlichen Zahlen gilt, wenn eine natürliche Zahl drin ist, auch deren Nachfolger. Okay, das gilt für alle Knubbel hier oben, aber nicht für den Knubbel da unten. Dieser Knubbel hier unten, dessen Nachfolger hier ist nicht in m drin. Also erfüllt diese Menge m schon nicht die Voraussetzung. Gut. Damit widerlegt sie aber nicht die Implikation. Wir brauchen ja Mengen, die, wenn die da vorne die Voraussetzung erfüllen, dann muss auch das hier hinten erfüllt sein. Okay, erfüllt schon gar nicht die Voraussetzung. Jetzt haben wir zwei Mengen gefunden, bei denen sozusagen die Probleme gar nicht entstehen. Diese Mengen, die erste Menge hat sozusagen die komplette Implikation erfüllt, hat die komplette Struktur hier unten abgedeckt. Aber das ist ja gar nicht die Struktur, die wir haben wollten. Und die Menge, die ich jetzt eingezeichnet habe, die erfüllt noch nicht mal die Voraussetzung. Jetzt kann ich aber auch eine Menge finden, das ist entscheidend. Ich kann eine Menge finden, die die Voraussetzung erfüllt, aber nicht die Tatsache, dass die natürlichen Zahlen komplett in m drin sind. Wenn denn die Struktur hier unten noch mit gemeint sein soll. Und zwar folgende Menge aufgepasst. Angenommen, das ist die Menge m. Schauen wir uns immer näher an. Erfüllt die die Voraussetzung? Ja, 0 ist in der Menge drin. Und für jede natürliche Zahl, die in der Menge ist, ist auch deren Nachfolger drin. Ja, 0 ist drin, also deren Nachfolger. Für diese Zahl ist drin, also auch deren Nachfolger. Ja klar, diese Zahl ist drin, deren Nachfolger auch. Ja, diese Zahl ist drin, deren Nachfolger auch. Ja, und so weiter und so weiter. Ich finde hier keine Zahl, deren Nachfolger nicht drin ist. Die Tatsache, dass diese Menge hier die Voraussetzung erfüllt, bedeutet, jetzt muss sie auch hier hinten die Aussage erfüllen, damit das Piano-Axium 5 erfüllt ist. Jetzt müssen auch alle natürlichen Zahlen in m drin sein. Ja, und jetzt sieht man hier, angenommen, wir sind ja davon ausgegangen, dass die kompletten Knubbel hier in der natürlichen Zahl sind, die Kette jetzt hier unten, die wird gar nicht mit berücksichtigt. Die ist jetzt gar nicht drin in m. Das heißt, jetzt ist n nicht Teilmenge von m, vorausgesetzt, all diese Knubbel hier gehören zu n. Das ist jetzt auch letztlich der Grund, warum die Parallelstrukturen vermieden werden, beziehungsweise warum die natürlichen Zahlen nur so eine einzige Kette sind. Weil, wenn ich eine Menge habe mit so einer Kette und allem möglichen Zeugs drumherum, dann kann ich eine Menge m finden, die komplett diese Kette und nur diese Kette umschließt. Damit erfüllt sie die Voraussetzung, nämlich Null ist drin und für alle natürlichen Zahlen, diejenigen, die drin sind, deren Nachfolger sind auch drin. Also, ich brauche nur eine Menge finden, die nur diese Kette umschließt und schon wird die Voraussetzung erfüllt. Dann muss aber auch hier hinten die Folgerung gelten, dass die natürlichen Zahlen komplett in m enthalten sind. Das heißt, ich kann eine Menge m finden, die nur diese eine Kette hier oben umschließt. Damit ist die Voraussetzung erfüllt und wenn das Piano Axiom 5 erfüllt sein soll, dann muss auch hier hinten die Folgerung erfüllt sein. Das bedeutet also, die natürlichen Zahlen, die können nur eine solche Kette sein. Es kann keine Parallelstrukturen geben.